Bist du nicht Lisbeth Zalanda? Die Kämpferin gegen das Unrecht? Die Frau, die Männern wehtut? Die Frauen wehtun? Erinnerst du dich an diesen Morgen? 16 Jahre lang habe ich dich beobachtet. Wieso hast du allen geholfen? Nur mir nicht. Weißt du, wo wir sind? Zu Hause. Woran liegt es, Lisbeth? Woran liegt es, dass eine Spinne sich nie in ihrem eigenen Netz verfängt? Woran liegt es, Lisbeth?